Bei One 55 Hybrid hatten wir ein weißes Blatt Papier vor uns und konnten ein Rad entwickeln und designen, wie wir es gern selbst fahren würden. Wir sehen ganz klar den Trend hin zu leichten EMTBs ohne Abstriche bei Leistung und Reichweite. Das Stereo Hybrid One 55 ist natürlich ein abfahrtsorientiertes Bike, aber das ganze geht nicht auf Kosten des Uphill-Flows. Verglichen mit unserem Bestseller, dem Stereo Hybrid 140, ist das Rad um 20 Prozent leichter. Bei dem Rad ist das smarte System von Bosch verbaut. Das heißt, wir haben einen Bosch CX-Motor mit 85 Newtonmeter, eine Powertube-Batterie mit 750 Wattstunden in der Serie und der System-Controller mit Mini-Remote hält das ganze Rad aufgeräumt am Cockpit. Das sind die nicht nur die